Hallo und herzlich willkommen beim Echelot-Zentrum. Mein Name ist Thomas Stageta und ich werde euch jetzt die neuen JMS Aluminium Geberstangen zeigen. Ich weiß, dass das Thema Geberstangen, meine Güte, ist das ein sensibles Thema. Also jeder weiß es besser, jeder will irgendwas erfunden haben. Ich will da gar nicht auf Details eingehen. Denn wir haben jetzt einen komplett anderen Weg eingeschlagen und sind vom Thema Edelstahl nicht weggegangen. Wir haben ja immer noch unsere Scrubes, die supergeil funktionieren. Das ist einfach, die gibt es seit 15 Jahren von uns und die sind immer robust und haltbar. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich auf Boten von Behörden, die haben jetzt noch Scrubes Edelstahlgeberstangen. Also die Dinger halten ewig und funktionieren super. Wir wollten jetzt mal einen anderen Weg gehen und sind auf Aluminium übergegangen. Wir haben nicht irgendein Aluminium genommen, sondern wir haben gefrästes Aluminium genommen. Und der Vorteil daraus ist einfach, du hast eine Wahnsinnsqualität. Und diese Stange hier, die präsentiere ich euch jetzt mal. Das ist jetzt ein Teil dieser Stange. Und achtet einfach mal auf die vollkommen irre Qualität. Ich glaube nicht, dass irgendein Hersteller in Deutschland oder in Europa eine Stange für diesen Preis in dieser Qualitätsstufe bisher auf den Markt gebracht hat. Und das werde ich euch jetzt zeigen in vielen Detailaufnahmen und lasst euch überraschen. Schauen wir uns die Stange jetzt einmal direkt vor meiner Nase an. Also diese Situation kennt ihr. Ihr habt hier unten eine ganz normale Spindel. Die presst hier gegen eine Platte. Also wir reden bei diesen Modellen im Moment noch von Klemmversionen, weil wir wollten, es gibt viele Boote, aber so viele Boote gibt es dann auch wieder nicht. Also der Massenmarkt letztendlich ist eine Klemmversion. Und wir sind halt deutlich flexibler, als wenn man an eine Schiene gehen muss. Und deswegen haben wir diese Teile hier etwas angepasst. Also wir haben eine relativ lange Spindel. Das ist natürlich alles Edelstahl, gar keine Frage, das geht ja nicht in Alu. So, dann haben wir hier eine Anpressplatte gummiert. Und diese Platte hier ist natürlich auch zusätzlich noch gefräst aus einem massiven Block und kann hier in verschiedenen Positionen rausgeschoben werden. Das bedeutet also, wenn ihr einen großen Syllrand habt bei euch am Boot, dann kann man das anpassen. Also dieser Bereich hier, der ist anpassbar und den kann man noch rausschieben. So, jetzt schaut euch bitte mal die schlanke Silhouette an. Warum haben wir das gemacht? Also wir haben hier ein 6 mm salzwasserfestes Aluminiummaterial, alles gefräst. Natürlich auch hier wieder mit Edelstahlschrauben verbunden. Wir nehmen ja kein Billigzeug. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Jetzt haben wir nämlich hier, wir haben zwei Versionen und das ist die drehbare Version. Das Ganze ist aus Vollaluminium gefräst und wir haben ein Lagersystem entwickelt mit Gleitschienen innen drin, die qualitativ unglaublich weich funktionieren. Also ich werde euch das jetzt mal zeigen, wenn wir das hier an der Seitenwand von einem Tisch befestigen. Schauen wir uns das jetzt mal an. Also was habe ich getan? Ich habe das hier an einer hauchdünnen Leiste befestigt. Also wir haben noch nicht mal die komplette Auflage hier. Und wir haben eine so unglaubliche Stabilität, wie wir es bis jetzt noch nicht mal mit Edelstahl hatten. Also das muss man fairerweise dazu sagen, dass diese Aluplatten eine Stabilität bieten, die nochmal entfernt ist von Edelstahl. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Das ist dieser Kopf. Wir haben eine drehbare Stange. Wir haben verschiedene Versionen davon. Und jetzt kann man dieses hier und dieses hier leicht drehen und dann kann man die Stange seitlich abklappen. Wenn man das ändern möchte, also wenn man das jetzt nicht in diese Richtung bewegen möchte, sondern in die andere Richtung, dann kann man hier einfach die Schrauben umsetzen und kann das in die andere Richtung machen. Diese ganze Mechanik hier, auch das Innenleben, ist geschmiert und ist butterweich. Also das ist wirklich, da ist kein Schaben oder irgendetwas. Das ist so, als wenn man da ein Kugellager verbaut hätte. Also das ist vom Entwicklungsstand und von der Qualität her wirklich ein Knaller. Und damit wir das Ganze auch in der Neigung verstellen können, haben wir natürlich auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, das entsprechend anzupassen. Also wir können das kippen, wir können verschiedene Positionen nehmen und das ist, glaube ich, der Clou an der ganzen Sache. Das ganze Material ist eloxiert. Das bedeutet sandgestrahlt und dann eloxiert. Das bedeutet eine sehr gute Abriebfestigkeit. Und schaut euch mal dieses unglaublich schwarze Schwarz an. Das ist optisch ein wirkliches Highlight. Wir befürchten, dass wir gar nicht mehr so viele Silberne verkaufen werden, sondern mehr schwarze. Weil das hat es in dieser Art noch nicht gegeben. Diese Stange ist preislich super attraktiv, funktioniert fast an allen Booten und kann entsprechend als drehbare Version, als kippbare Version. Wir haben auch eine Version, wo wir diesen Kopf, also im Prinzip als einfach nur normale Klemmversion machen. Ihr kennt das ja von unseren normalen Edelstahlgeberstangen, die man im Prinzip nur so nach außen kippen kann. Selbst wenn ihr so eine gekauft habt, dann gibt es, ich zeige euch das mal, dann gibt es diese Umrüsssätze. Die werden dann einfach nur eingeschraubt und werden ersetzt. Also, total flexibel. Es gibt jedes einzelne Teil, gibt es als Ersatzteil. Also, wenn ihr mal was brauchen solltet, dann könnt ihr einfach sagen, du, Kollege, ich brauche diese Schraube, ich brauche diese Platte. Ich habe die Stange kaputt gemacht, weil sie abgebrochen ist, keine Ahnung. Es gibt jedes Teil einzeln. Und jetzt kommt noch der Clou an der ganzen Sache. Was ist der Vorteil von Alu? Es ist leicht. Die ganze Stange wiegt, ich meine, um die 1,8 Kilo. Also, ich glaube, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und hat es in dieser Art, in dieser Qualität, auch wenn es wahrscheinlich wieder irgendwelche Leute behaupten, noch nie gegeben. Also, wir haben recherchiert und wir glauben, dass es das in Europa noch nicht gegeben hat. Also, das sind die neuen JMS, Aluminium, Geberstangen, Salzwasserfest und der neue Standard im Bereich Geberstangen. Und wenn ihr so ein Ding haben wollt, dann gebt ihr einen als Suchbegriff JMS und dann sucht ihr euch das passende System aus und ihr werdet begeistert sein. Also, optisch, qualitativ, Haltbarkeit, Ersatzteilversorgung. Es ist ein deutsches Produkt, in Deutschland produziert, nur mit den besten Komponenten.